War's spät gestern? Ja. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Dein neues Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasuße war total fade. Die Schaf... Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh Mann, das ist buchstäblich das Letzte. Buchstäblich? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich will auch heiß sein. Hey Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, und wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen? Hey, Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Das tun wir doch auch. So was hab ich noch nie gesehen. Nudel ist das einzige Fortune 500 Unternehmen mit neutraler CO2-Bilanz. Mann, ich fühle mich so begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailing-Liste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Nudel-Maps-Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigalbestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bushack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Die Plackerei schaffe ich mit leerem Tank nicht. Hey, willst du einen Kaffee? Äh, nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orange-Apfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Okay, klar doch. Colin? Brody? Großer Tag heute, hm? Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet hast. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich. Gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung Gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen. Okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst dich in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Nudelserverfarm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Nudelmaps. Aber Vorsicht! Ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komme rein. Kein Problem. Was war das? Ich will herausfinden, wer Horatios zweites Gehalt bezahlt. Inweit würde Sinn ergeben. Sie versuchen seit langem mit ihren sozialen Gruppenanpassungstools auf dem digitalen Kartenmarkt Fuß zu fassen. Teutis, wer weiß, was hinter den getönten Scheiben und Eisentoren vor sich geht. Aber eins ist sicher. Wenn Sie Ihre Roboter auf die Straße bringen wollen... Hey, hallo, ich... Hey, Sie sind der Busfahrer, oder? Ja, absolut. Busfahrer hängen normalerweise nicht im Fun-Office rum. Ist jetzt nicht verboten. Nur seltsam. Verstehe, weil ich der Busfahrer bin, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hab kein Problem mit Busfahrern. Aber müssen Sie sich nicht um Busfahrer-Dinge kümmern? Dort drüben ist doch was. Gefällt mir nicht. Das halte ich nicht aus. Gehe ich doch in den letzten Karten. Sie weiß, was ich ausgewählt. Was ist jetzt so wichtig? Best Rückgr Moment mal Scheißkerne wollen sich mit uns anlegen? Auf geht's Hey, was war das? Oh, 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 was war das? Was mich bei Horatio als erstes misstrauisch gemacht hat? Er wird aufgesetzt. Das falsche Lächeln. Dass er so freundlich ist, dass er all unseren Namen von Anfang an drauf hatte. Er will unbedingt der perfekte Nudel-Mitarbeiter sein. Zuerst dachte ich, das Management hat ihn eingesetzt, um uns auszuspionieren. Aber das glaube ich nicht mehr. Terrorist ist er sicher nicht. Ich hatte mal einen Vermieter, der hieß Orecio und kam aus Honduras. Trotzdem hat ihn jemand hier eingeschleust. Aber wer? Ich werde es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Wenn du ihre ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Die Security von Nudelnabs ist krass drauf. Also Vorsicht. Hey, du redest ja schließlich mit Laura Kim. Oh, man. Moment, was ist das? Das war das einfach nicht. Nicht! In einem anderen Leben vielleicht. Hey! Lasst euch nicht überrumpeln! Oh nein! Ohh. Ich danke allen, die Vorschläge für unsere neuen Produktnamen gemacht haben. Es waren viele tolle und erfinderische Namen dabei, auch einige total unangemessene. Ja, Roger, damit meine ich dich. Aber im Ernst, alle Vorschläge waren großartig. Es waren zu viele, um sie alle zu erwähnen, aber wir haben einen Gewinner. Ich würde gerne mehr verraten, aber die Anwälte müssen den Namen erst noch durchwinken. Ich wollte nur schon mal allen danken und sagen, dass wir keine Vorschläge mehr benötigen. Hast du gehört, Roger? Mach Spaß, ich zieh dich noch auf, Kumpel. Ich würde gerne mehr über die Anwälte suchen. Ich zieh mich noch einmal an den Anwälte für den Dänken. Ich br Bank für die Anwälte. Ich zeige dich und finde die Anwälte nicht. Ich bin der Anwälte für den Anwälte. Ich falle mich noch auf, Kumpel um auf, Kumpel. Ich schlaue dich, dass ich die Ball schäufe konflenecke kann. Die Zukunft zu kreieren und zu integrieren, darum geht es bei Nudl. Wir verwalten Veränderung nicht, wir sind Veränderung auf Makro-, Mikro- und Molekule-Ebene. Unsere Konten, im Ernst, Bro, lass dir Zeit, kein Druck. Weiß dich zusammen, Ratio, ich bin fast beim Aufzugsschacht. Sondern steht für das, was wir sind. Wir alle, Entwickler, Designer und Nutzer, dienen dem...